Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Wir sind in Ignaton, besser gesagt beim Hort der Kleriker, und ja, haben eine komische Quest bekommen. Wir sollen jemanden verprügeln, um nichts genau zu sagen, auch vielleicht sogar umbringen. Keine Ahnung, ob das so toll ist, aber was sollen wir machen? Endgültige Vorkehrungen heißt die große Quest, der Wolf im Schafspelz, das sollen wir machen. Wir sollen Eli, ja, aus dem Hort bringen. Ich hoffe, das gelingt uns, das werden wir gleich sehen. Dazu müssen wir, okay, ein Stückchen weiter darauf, keine Ahnung, wo das sein könnte, tun tut. Ob man hier weiter muss, oder da drüben weiter muss, ich nix haben Ahnung. Ich probiere es einfach mal. La, li, la, la. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache, als die der Hoffnungslosigkeit. Also, biete ich dran, bin ich mit meiner Einschätzung? Die Antwort geht dich nichts an. Du liegst daneben. Dein Gespür täuscht dich nicht. Mäh? Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegehr, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufriedengebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Ich hab nicht vor, in Schwierigkeiten zu geraten. Du bist ziemlich direkt. Mäh? Du bist ziemlich direkt? Ja. Ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leist. Hoffentlich meinen sie das nicht wortwörtlich. Also wirklich das Ohr, ne? Also... Egal. Schildere mir dein Problem. Bring mir etwas bei... Das Problem. Ja. Schildere mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Arvid gehört? Nein, sollte ich das? Ja. Nein. Prophet Arvid. Haben wir den schon einmal gehört? Ich glaube schon, oder? Mäh? Nein, sollte ich das? Oh ja. Er ist der Begründer unseres Ordens. Der Grund, warum wir existieren. Erzähl mir etwas über Arvid. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Doch, doch. Erzähl mal. Erzähl mir etwas über Arvid. Nun, ich weiß zwar mehr als die meisten hier, aber längst nicht alles. Ich fange am besten von vorne an. Geboren wurde er vor circa 200 Jahren und er war der Erste, der von Kalan erleuchtet wurde. Nach dem Meteoreinschlag hatte er die Bürde und das Privileg, die Menschheit in eine neue Zukunft zu führen. Doch nur ein Teil der Hoffnungslosen war bereit, sich unter seiner Führung zu sammeln. Was aus dem Rest geworden ist, sieht man am ehesten, wenn man nach Tavar blickt. Okay. Und weiter? Wir brauchen nichts zu wissen. Doch, doch. Weiter, weiter. Und weiter? Dass wir die Nachkommen derer sind, die treu an seiner Seite waren, hatte ich ja schon erwähnt. Er und ein paar Auserwählte lehrten den Wenigerwissenden, die Technik zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl unsere Gemeinschaft klein war, konnten wir uns mit ihrer Hilfe vor der Niedertracht der gottlosen Menschen wehren. Mhm. Wann ist er gestorben? Wann ist er gestorben? Einige glauben, dass er noch heute unter uns weilt, obwohl das Unsinn ist. Schon zu Lebzeiten haben einige Ungebildete ihn in den Gottesstand heben wollen. Er hat dieses aber immer von sich gewiesen. Vielmehr ist es so, dass er seine Zeit hat kommen sehen. Den Überlieferungen nach hat ihn die Trauer über die Uneinsichtigkeit der Menschen von innen zerfressen. Und als er denen, die sein Wort hören wollten, alles gesagt hatte, ist er in das große Licht gegangen. Was genau das große Licht ist, darüber streiten sich noch heute die Gelehrten. Manche sagen, er ist in den Himmel zu Kalan aufgestiegen. Wieder andere, dass er zum Grunde des Kraters aufgebrochen ist. Aber jetzt habe ich mich in meiner Erzählung total verrannt. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Du benötigst Zugang zum Archiv. Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Avids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Wer sagt, dass ich dir helfen will? Warum fragst du nicht, ob du im Archiv arbeiten kannst? Ja, das Unter... Na, sagt Ecke, komm. Ich denke darüber nach. Hm. Wer sagt, dass ich dir helfen will? Niemand. Ich weiß auch, dass die Aufgabe sicher nichts für die Geschichtsbücher ist. Dennoch bitte ich dich darum. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Gibt es irgendwas, das ich über das Archiv wissen muss? Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Ich würde sagen, von oben nach unten wäre er. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Gibt es irgendwas, das ich über das Archiv wissen muss? Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Na, echt anschließen möchten wir uns nicht. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Gut. Persönlichkeit. Wir haben leider keine Lernpunkte, ich wollte einfach nur mal klubschen. Ob wir überhaupt schon irgendwas lernen könnten. Ich glaube, das ist überall zu wenig, ne? Advokat könnten wir eventuell bald mal, wenn wir noch ein bisschen Gerissenheit hätten. Aber brauchen wir nicht. Braucht wir nicht. Die Firma dankt Eva. Na, sie heißt wie meine Mama. Oh, cool. Kein Wunder, dass wir so eine gute Harmonie zueinander haben. Gut. Und, ähm, irgendwie da rauf, ne? Tap, 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 tap. Wieso hüpfen die alle da runter? Interessant. So. Klar, hab grad keine Zeit. So, sind wir da richtig? Wo denkst du, dass du hier hingehst? Grubenwache, stopp. Wo denkst du, dass du hier hingehst? Äh, an dir vorbei. Was ist das hier? Ich wollte nur mal gucken, was es hier so gibt. Jo. Ich wollte nur mal gucken, was es hier so gibt. Ich bin dazu angehalten, hier jeden durchzulassen, der vorbei möchte. Damit jeder mit eigenen Augen sehen kann, was wir mit Ketzern machen. Also geh ruhig rein und sieh dich um. Lass es dir als abschreckendes Beispiel dienen. Aber klau hier nichts. Wir behalten alles im Auge. Jawohl. Eigentlich will ich hier mit jemandem sprechen. Und hoffe schon die ganze Zeit, dass der Typ hier da ist. Wachroboter. Aha. Hallo? Ist es hier zufälligerweise die Person, mit der wir reden wollen? Ich glaube, ja. Oh, da ist sie schon. Der Ellie, den wir rausbringen sollen. Ich würde sagen, wir speichern das jetzt mal. Äh, hier. Ja. So, ist fein. Hallo, Ellie. Sehr nett. Sehr nett. Okay. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese Spinner mich einer Hirnwäsche unterziehen, sodass ich in ihren Schächten Staub ansetze. Aber so einfach kriegen sie mich nicht klein. Was hast du verbrochen? Wie konnten sie dich gefangen nehmen? Hast du schon versucht zu fliehen? Ähm, was hast du verbrochen? Was hast du verbrochen? Die Jungs dachten wohl, meine Leute und ich hätten einen ihrer Außenposten versucht zu überfallen. Aber das ist totaler Blödsinn. Das hätten wir auch gar nicht nötig gehabt. Unser letzter Raubzug auf eine Karawane war so erfolgreich, da gab es keinen Anlass, den Typen ein paar Splitter abzuluchsen. Oder haben sie mich deswegen in das Loch verfrachtet? Wie konnten sie dich gefangen nehmen? Jaja, das passt. Du erwartest, dass ich dir helfe, zu entkommen? Du erwartest, dass ich dir helfe, zu entkommen? Ich erwarte gar nichts. Aber die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Auch wenn der Typ ein Outlaw ist, bin ich mir bei ihm nicht sicher. Frag dich lieber, ob du ein Outlaw bist. Oder fehlt es dir an den nötigen Eiern? Oh. Mit jemandem wie dir habe ich kein Mitleid. Ich denke darüber nach. Du bist auf dich hereingestellt. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach. Das ist immerhin etwas. Komm einfach zu mir, wenn du mir zu einer zweiten Chance verhelfen willst. Dann kannst du immer noch entscheiden, wie du agierst. Von mir aus kannst du hier verrotten. Wegen deiner Flucht. Warte mal, wir wenden kurz. Wir speichern nochmal ganz schnell und sauber. Für den Fall, dass es hier gleich in die Hose gehen tut. Tja, Ellie, gehen wir's an. Wegen deiner Flucht. Gib mir die Details. Gib mir die Details. Es reicht nicht, dass nur ich hier verschwinde. Ich muss auch meinem Kumpel, den Schachter Wolf, zur Freiheit verhelfen. Aber das soll nicht deine Sorge sein. Du kannst bei ihm nichts ausrichten. Er ist bereits überzeugt, einer von ihnen zu sein und erinnert sich an nichts mehr. Bei mir verhält es sich anders. Irgendwo muss er noch ein Stück Resthirn besitzen, das sich an mich erinnert. Was du allerdings für mich tun kannst, ist folgendes. Ich brauche meine Waffe und eine passende Tarnung. Sobald du mir das gebracht hast, erkläre ich dir den Rest. Aber beeil dich. Wenn ihre Suggestoren Erfolg haben, ist in zwei Tagen nur noch Brei in meiner Rübe. Schön. Mh, lecker Brei. Wie soll ich das Zeug beschaffen? Wie soll ich das Zeug beschaffen? Meine alte Waffe müsste im Haus der Suggestoren zu finden sein. Dort bewahren sie den konfiszierten Krempel auf. Du wirst nicht umhinkommen, sie zu stehlen. Also sei vorsichtig. Eine passende Kleidung zur Tarnung kannst du sicher bei einem der Händler im Schachterviertel bekommen. Ein einfacher Fetzenstoff reicht allerdings nicht. Sieh dich also genau um. Und schlepp die Sachen nicht Stück für Stück an. Diese Zelle gibt mir keine Möglichkeit, irgendetwas vor den Augen der Kleriker zu verbergen. Okay. Von mir aus kannst du hier verrotten. Na, na. Wolf will dich tot sehen. Jo. Wolf will dich tot sehen. Natürlich will er das. Sein Gehirn hat man schließlich auch durch den Mixer gejagt. Das, was er glaubt zu sein, ist er nicht. Kurz gesagt, gibt da einfach nichts drauf. Na gut. Okay, dann speichern wir wieder mal. Schöne Aussichten. Und versuchen die Quest zu schaffen. Äh, gut. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So. Etwas aufrichten. Ich hoffe, der Piesel gerade nicht. Naja. Äh, das Hilfe gesucht. Glaubensfrage. Also das Hilfe gesucht. Das nehmen wir jetzt mal. Und schauen, wo wir da jetzt dahin müssen. An zwei Orten natürlich. Ja. Äh, ja. Verurteilter. Die Sekten-Spinner. Das sind die Sekten-Spinner. Die beten den Schläfer an. Alter. Wo ist die Puffe? Wir müssen die alle umhauen. Nicht heute. Ich bin schon weg. Alter, das ist unheimlich. Piesel nimmt mir das gerade an, an Dings. Ach, ähm. Ich muss da raus. Ähm. Ja, ja. Hör auf zu raunzen, ey. Ich bin schon weg. Um Gottes Willen. Na gut, ähm. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ähm. Ich muss einfach mal. Na du. Cleanbot. Die sind praktisch. Rüstmeister. Lass dir ja nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Wenn ich jemanden beim Klauen erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Huch. Unterstellst du jedem, dass er dich beklaut? Zu den Suggestoren? Oh. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Seit die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta. Aha. Verkauf mir etwas aus den Lagern. Jo, bitte. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Vielleicht hat er was geschehen. Verkauf mir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Ähm. Regentenschwert. Aha. Akolytenschwert. Wir wollen ja was mit Rüstung, oder? Schachterhose. Schachterhemd. Schachterhelm. Mechanikermütze. Jetzt ist halt die Frage, was man dem Kerl bringen kann. Ich sollte mir vielleicht die Quest zuerst durchlesen, oder? Wartet mal, oder? Was haben wir hier? Erhöht die Lebenskraft. Lebenskraft. Stärke und Kampf. Sautäuer halt, ne? Was kostet das Zeug? Oh Gott, das ist gar nicht leistbar. Ja. Ne? Ähm. Lass ich mal. Ui, was haben wir da? Ein Teleporter. Ui, jawohl. Super. Der Part war wieder erfolgreich. Schön. Sehr gut. Dapp, 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 dapp. Ähm. Nach den Gesprächen mit Balder hab ich immer einen klaren Kopf. Du weißt schon, woran das liegt, oder? Haus des Suggestoren. Aha. Ähm. Automat. Irgendwo hier ist der gelbe Punkt, ne? Zumindest mal den anfinden würde ich gern. Hallo. Ich glaub, der ist hier irgendwo. Vielleicht hier noch? Aha, der geht's rauf. Okay. Hier vielleicht? Hm. Nicht so wirklich. Man soll hier mit jemandem sprechen können. Das ist dann vielleicht doch unten. Das ist, glaub ich, doch unten, ne? Hier. Vielleicht einen Raum weiter. Aber der Part ist halt auch schon wieder zu Ende. Mäh. Mäh. Balder. Naja, ich würde sagen, lassen wir's mal gut sein. Und schauen wir uns im nächsten Part hier weiter um. Ne? Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Weil die haben auch ein schönes Aquarium. Ohne Fische, aber ist egal, ne? Na ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!